Dagmar Laurenz ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Dagmar Laurenz absolvierte von 1959 bis 1962 eine Schauspielausbildung an der Schauspielschule des Theater der Keller in Köln. Am Anfang ihrer Karriere als Schauspielerin standen Theater-Argagements. Laurenz war von 1968 bis 2005 festes Ensemble-Mitglied am Theater Lübeck. Während dieser Zeit spielte Dagmar Laurenz zahlreiche Rollen der klassischen und modernen Theaterliteratur. Ihre erste Rolle am Theater Lübeck hatte Laurenz in dem Theaterstück Das Spiel von Liebe und Zerfall von Pierre Marivaux. Vom Rollenfach der jugendlichen Liebhaberin wechselte sie später zu dramatischen Frauenrollen. Zuletzt spielte sie dort Charakter- und Mutterrollen. Laurenz war am Theater Lübeck unter anderem 1991 als Frau Alvingen-Gespenster und 1990 als Elisabeth von England in Maria Stuart zu sehen. Sie spielte in den 1990er Jahren in Bühnenfassungen von Angst, Essen, Seele auf und Miserie. In den letzten Jahren ihres Engagements trat Laurenz dort in der Titelrolle der Mutter Courage von Berthold Brecht, als Golde in dem Musical Anna Tevka als Mutter in Bluthochzeit, als Frau Marte Roll in der zerbrochene Krug und als Mutter in Am Ziel auf. Erste Fernsehrollen hatte Laurenz schon in den 1960er Jahren, meist in Fernsehspielen und in Theaterverfilmungen. Erst relativ spät kamen dann ab den 1990er Jahren weitere Fernsehrollen hinzu. Bekanntheit erlangte Laurenz insbesondere durch ihre durchgehende Serienrolle in der ZDF-Fernsehserie Girlfriends, wo sie von 1995 bis 2003 gemeinsam mit Marie-Ele Milowitsch und Walter Sittler spielte. Sie spielte darin die Rolle der Elisabeth Hasefeld, die Mutter der weiblichen Hauptdarstellerin Marie Malek. 1998 übernahm Laurenz in dem Fernsehfilm Wiedersehen in Palma, einem Spin-off der Serie, die Hauptrolle an der Seite von Klaus-Jürgen Wosso. Ab Juli 2008 stand Dagmar Laurenz in der Hauptrolle der Ruth Vollmer in der WDR-Fernsehserie Die Anrainer vor der Kamera. Sie hatte außerdem Episodenrollen in den Fernsehserien Notruf, Hafenkante, Heiter bis Tödlich, Morden im Norden, Rote Rosen, Siebel und Max und Die Pfefferkörner. Im März 2016 war Laurenz in der ZDF-Serie Soko Wiesma in einer Episoden-Nebenrolle zu sehen. Sie spielte die Rentnerin Sibylle Fürstenberg, die Opfer eines sogenannten Enkeltricks wurde. Laurenz lebt in Lübeck. Filmografie 1967, Tag der offenen Tür, kurzes Fernsehspiel des WDR 1971, Der Junge von St. Pauli 1995 zu 2004, Girlfriends 1996, Bei uns daheim 1998, Wiedersehen in Palma 1999. Nikola 2000, Großstadtrevier 2002, Weihnachtsmann gesucht 2002, Brotti und Pacek 2007, Elvis und der Kommissar 2008, Die Anrainer 2008, Notruf Hafenkante 2009, Ein Dorf sieht Mord 2012, Heiter bis Tödlich, Morden im Norden 2012, Rote Rosen 2013, Achtung Polizei. Alarm um 11.11, 2015, Siebel und Max, 2015, Die Pfefferkörner, 2016, Soko Wiesma.